Ich fahre einfach bei nem NPC mit, wer bin ich? Ich fahre einfach bei nem scheiß NPC mit. Nein, nein, ich bin runtergefallen. Nein, NPC, das wäre trauend. Ich mach jetzt den B. Bleiben sie stehen. Ah, bei ihm hier können wir rauf. So, und... Erik, Erik, bei dem kannst du drinnen bleiben. Aber da kannst du leider nicht rausschießen. Aber egal, du kannst nicht rauskriegen, solange er keine Faxen macht. Den sollten wir so weiterfahren, warten nicht und nicht schießen. Na, da, da schießt er. Äh, dann fährt er eigentlich weiter. Komm, mach. Oh mein Gott, Erik. Äh, ne, du bist... Hiwi, Erik. Let's go. Wer seid ihr? Ähm, da wurde ich gerade fast zerquetscht. Nicht nett. Warte, muss kurz zielen. Kann ich hier voll hier draufstehen? Ja. Äh, ich... Äh, Junge. Wie behindert. Ich haus was. Aber man kann nicht Helikopter vollziehen. Nein, 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 nein. Soll ich mir so anhalten? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Der macht uns. Ne, Latine hat dich umgeboxt. Oh, alles. Oh, alles. Hä? Hä? Ich hab dich... Ich hab dich wieder mit dem Helikopter geholt. Ja. Hast du es geklippt? Ich hab ihn wieder mit dem Helikopter geholt. Oh, nee.